Leider, leider gibt's ja von Pofallas Ausraster keine Filmaufnahmen. Aber jetzt die gute Nachricht, meine Damen und Herren. Wir von der Heute-Show haben uns weltexklusiv die Filmrechte gesichert. Columbia Schreistar Pictures präsentiert in Zusammenarbeit mit Scheiße-Films Ralf Richter als Ronald die Axt Pofalla und ein kleiner, unschuldiger Junge als Wolfgang das Opfer Bosbach in Schreihart der Fall Pofalla. Er hatte keinem was getan. Er wollte nur seinem Gewissen folgen. Doch er kam im falschen Moment durch die falsche Tür. Kuckuck, Ronald! Bosbach, ich kann deine Scheiße in die Bette heben! Aber Ronald... Du redest doch nur Scheiße! Und mit deiner Scheiße machst du alle Leute verrückt! Ronald, guck bitte mal ins Grundgesetz. Das ist für mich eine Gewissensfrage. Gewissen? Gewissen? Lass mich mit deiner verdammten Scheiße in Ruhe an! Schreihart, der Falco Faller. Ein Film wie ein Schlag in die Fresse. Ja, jetzt haltet doch mal alle die Schnauze, Mensch! Großartiger Film, meine Damen und Herren, bin ich in Ihrem Kino. Und ich kann Ihnen wirklich versichern, bei den Dreharbeiten sind keine Kinder zu Schaden gekommen, außer diesem einen, natürlich.